Moin Leute und willkommen zurück zu unserer kleinen Anfängerserie mit dem Kitsuki-Account. Kitsuki 2022, unsere Anfängerserie für das Jahr 2022. Mittlerweile hat sich wieder einiges getan auf dem Account. Wir sind jetzt hier auf Spieltag 7. Allerdings wisst ihr, wenn ihr die Folgen aufmerksam verfolgt, dass wir ja erst mit Tag 3 angefangen haben. Das heißt, wir sind jetzt effektiv am 4. bzw. 5. Tag, wo wir den Anfänger-Account spielen. Denn ich versuche auch so viel wie möglich, die Videos für diesen Anfänger-Account hochzuladen. In so kurzen Abständen wie möglich, dass ihr einfach so viel wie möglich Progress noch mitbekommt. Was man an welcher Stelle vielleicht auch machen sollte, wenn man selber anfängt. Das ist mein Fokus für diese Videos, dass ihr vielleicht, wenn ihr selber gerade mit Summonos mal angefangen habt und euch fragt, ich stecke jetzt an der Stelle fest, was soll ich machen, dass ihr da nochmal so ein bisschen Hilfe bekommt. Deswegen, wenn euch diese Serie gefällt, diese kleine Anfängerserie, dann vergesst auch nicht den Daumen nach oben. Ich hatte gesehen, im letzten Video in Folge 1 war das schon wieder ziemlich krass. Ihr scheitert wirklich zu Firenet-Format. Das freut mich wirklich sehr. Ja, also mir macht das auch sehr viel Spaß, den Account zu zocken, weil ihr einfach gerade mit so einem Early-Game-Account ist. Der Fortschritt, der gefühlte Fortschritt, den man mit so einem Account erreichen kann, ist am Anfang echt wow, raketenartig. Und deswegen hoffe ich, dass ihr da auch Spaß dran habt. Wenn ihr Fragen habt, irgendwie Anfängerfragen, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, dann ist das jetzt auch die Möglichkeit, wo ihr einfach unten in die Kommentare reinschreiben könnt und sagt, hey Duki, ich habe auch neu angefangen, ich komme da und da nicht weiter, wie kann man das lösen? Einfach rein in die Kommentare und dann werde ich mich darum kümmern. Vielleicht auch Leute, die mit die Kommentare lesen, wenn ihr auch schon ein bisschen fortgeschrittener seid, helft gerne mit, dass man sich ein bisschen gegenseitig unterstützt und das Erlebnis in Summonos war ein möglichst positives. Dann gehen wir uns mal anschauen, was ist denn jetzt so passiert auf dem Anfänger-Account. Und zwar habe ich angefangen, die Dungeons ein wenig zu farmen und natürlich habe ich angefangen, weil wir Freitag und Samstag jetzt hatten. Also ich nehme das Video gerade an einem Sonntag auf. Freitag und Samstag hatten wir, wo alle Attribute offen sind. Ich habe, ihr seht es schon, ich habe versucht, direkt alle Attribut-Dungeons auf Stufe 7 zu meistern. Der anstrengendste war tatsächlich die Halle des Lichts, muss ich sagen. Halle des Lichts war sehr anstrengend und Halle des Feuers war sehr anstrengend, wo man diese eine Zwischenmission hatte, wo man dann irgendwie immer schädliche Effekte runternehmen musste. Gerade wenn du keine Monster hast, die schädliche Effekte runternehmen, ist das immer sehr, sehr wild. Also das heißt, die täglichen Dungeon-Tipps hier, das Ding habe ich einmal komplett durchgeklickt. Also das ist wirklich sehr, recht einfach, muss ich dazu sagen. Die größten Herausforderungen waren aus meiner Sicht immer, dass man hier so eine Bombe, dann muss ich dann einfach manuell spielen mit Konamiya einfach. Ihr kriegt Konamiya auch, glaube ich, geschenkt hier in einem der Dungeons, da ist er, genau. Das habe ich einmal quasi alleine gezockt, also manuell. Und dann geht der Rest eigentlich recht easy durch am Anfang, wenn ihr Lapis habt, mit Eloin zusammen, dem Elfenwächter in Wasser, auch richtig, richtig geile Monster, muss ich sagen. Also für den Early-Game ist Eloin wirklich gut, also wirklich gut. Und guckt euch die Runen an, die sind richtig shit. Also der ist auf Attack, Attack, Attack. Das ist nix, das ist wirklich einfach nix. So eine Runen sind nicht gut. Schön ist, dass er wenigstens noch irgendwoher 34 Speed hat. Ich weiß gar nicht, woher der Mann 34 Speed hat. Oh, hier ist eine, oh wow, die Runen hat 18 Speed gerollt. Okay. Das ist nicht so schlecht, 18 Speed. Das haben einige manche nicht auf Slot 4. Ja, 18 Speed of Eloin. So ist quasi aktuell der Stand, was diese Rainer-Mission angeht. Also das heißt, ich habe jetzt versucht, die täglichen Dungeons hier zu machen. Das heißt, diese ganze Element-Dungeon. Jetzt müssen wir bloß noch ein 4-Sterne-Monster oder höher erwecken. Dafür kriegen wir dann noch Scamstones. Okay, ist jetzt für mich nicht so kriegsentscheidend, weil die Beschwörungen bringen mir meist eh nix für unseren kleinen Account hier. Dann habe ich hier noch weitergemacht im Monster-Training-ABC. Ihr müsstet, glaube ich, den letzten Stand, den ihr gesehen habt, weil, glaube ich, Erwecke ein Monster. Das habe ich dann natürlich gemacht. Habe dann auch noch ein 5-Star entwickelt und ein 6-Star-Monster gemaktslevelt. Das war übrigens Lapis. Dann habe ich natürlich die Rollen bekommen. Das heißt, Rollen wird es heute zum Ende der Folge auch wieder ein bisschen geben, die wir noch offen haben. Wir haben jetzt auch schon die Dimensionslöcher eröffnet. Wir haben auch schon den Riss der Welten eröffnet. Also wenn wir hier mal ins Abenteuer gehen, also in den Szenario-Modus, dann Riss der Welten ist schon da. Habe ich einmal mit Stufe 1 gemacht. Falls ihr Probleme habt mit Stufe 1, ganz easy. Ihr geht in Phase 1 rein, macht einen normalen Kampf irgendwie und sucht euch dann die Unterstützung von Rainer und von Durant, muss das, glaube ich, sein. Ihr könnt jetzt hier quasi auf Einladen drücken, Unterstützung, und dann sucht ihr einfach euch Durant und Rainer raus. Ich habe dieses Team hier genommen, also alles, was ich am Monster verfügbar hatte, und rein. Und dann funktioniert das super und ihr schafft die erste Phase, solltet ihr da irgendwie Probleme haben. In diesem Sinne würde ich jetzt erstmal weiterschieben. Und wir haben auch das Dimensionsloch jetzt schon freigeschaltet. Das heißt, ich könnte theoretisch jetzt schon mit Zweiterweckungen anfangen. Dafür bereichern wir aber die Monster noch nicht aktuell. Was ich jetzt eher gemacht habe, ist, gerade weil wir jetzt auch am Anfang sind, ich habe tatsächlich für einen dieser Element-Dungeons, ich glaube, es war für den dunklen Element-Dungeons, musste man eine Herausforderung abschließen, die besagt, dass man, glaube ich, einen Secret-Dungeon öffnen muss. Ich weiß nicht, wo es war, ich glaube, war das hier. Nee, das war Erzeuge einer Essenz, ich glaube, es war bei dem Licht-Dungeon. Ich beschwöre ein Licht, nee, hier war das. Beschwöre ein Licht-Monster mit Monsterstücken. Das war auch noch eine Herausforderung, die ich ziemlich anstrengend fand. Allerdings, wenn alle Dungeons offen waren, habe ich das so gemacht, oder wenn ihr auf einem Sonntag dabei seid, habe ich das so gemacht, dass ich einfach in den Chat gegangen bin. Und ich muss sagen, das hat sich echt verändert zum Positiven. Das hat sich echt zum Positiven verändert, dass ich einfach jetzt hier sagen kann, guck mal, hier ist ein Haul-Dungeon, einfach Eintrittsanfrage und du bist halt direkt drin. Also, das war früher anders, Freunde. Das war früher ganz anders. Und zack, da ist die Eintrittsanfrage. Ich kann jetzt mir direkt die Monster-Pieces holen und let's go. Ja, richtig, richtig gut. Ich habe mir da, glaube ich, eine Cheryl, die Lichtpixi, also die Elfe in Licht, habe ich mir da geholt. Nicht, dass man die jetzt irgendwie benutzen muss, aber es ist schon mal wenigstens cool, dass sie da ist. Und gerade so eine Sachen, gerade die Licht- und Darkness-Version, kann man sich echt mittlerweile richtig einfach abholen. Generell, wenn ihr gerade auch an Sonntagen vielleicht den ein oder anderen Secret-Dungeon haben wollt, kann ich euch sehr empfehlen, einfach bei mir mal im Livestream vorbeizukommen. Die sind immer sonntags von 12 bis 16 Uhr am Livestream. Und wenn ihr da einfach auf euren EU-Server beispielsweise, wenn wir gerade auf EU unterwegs sind, da noch einen verschiedenen Secret-Dungeons braucht, beispielsweise eine Laurent für BJ5 oder irgendetwas anderes, was euch weiterhilft im Spiel, dann einfach vorbeischauen und im Livestream und einfach mal einen Chat reinfragen. Und wir machen eigentlich regelmäßig gemeinsam mal für andere auch mit auf, weil das ist immer so das Einfachste, was man machen kann. Man kann ja Secret-Dungeons quasi auch selber triggern über diese Fertigungsgebäude und kann dann hier sozusagen über diese Portale, gerade an so einem Sonntag, wenn man genug Essenzen hat, kann man die einfach anfertigen und dann kriegt ihr einen zufälligen Monster aus dieser Liste hier raus. Und wenn ihr mal Glück habt, das wird ein Cowgirl, es wird ein Vagabund oder ein Inogami, vielleicht auch eine Fee. Ist zwar nicht Fran, aber das sind Skill-Ups für Fran. Und ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Das heißt jetzt generell, habe ich also jetzt mich mehr darauf fokussiert. Also Ziel war ja gewesen, nochmal so als Erinnerung, Ziel war ja gewesen, dass wir das erste Riesenteam leveln und erwecken. Ja, also ich kann gerne nochmal unsere kleinen Zielaufschriften hier sozusagen mit einblenden. Wir wollen dann das erste Riesenteam leveln und erwecken. Auf dem Weg bin ich jetzt quasi gerade immer noch. Ja, wir haben es noch nicht erreicht, aber immer noch. Ich habe angefangen mit der, also Teile der Vero-Moss-Fusion schon zusammenzustellen. Ich habe ja so einen Dark Yeti gezogen, ihr erinnert euch. Den habe ich direkt mal dafür benutzt. Ich weiß gar nicht, ob wir den auch noch in einer erweckter Form geschenkt bekommen oder ob der die unerweckte Form hat. Ich glaube, die haben unerweckte Form, dann ist das nicht weiter wild. Und ich habe versucht, alles, was mit der Vero-Moss-Fusion schon zusammenhängt, schon angefangen zu bauen. Hemoss ist einer davon. Ich glaube, der Bestienjäger an Feuer, an Landengrimm, ist einer davon. Seal ist einer davon. Yeti natürlich. Und so weiter und so fort. Das werde ich auch noch weiter treiben. Hier haben wir noch einen, den Inferno. Und die erste Fusion, die ich jetzt ans Ziel greifen werde, ist Vero-Moss. Vero-Moss ist wirklich die Fusion, die ich am ehesten machen möchte. Vero-Moss ist ein super Monster für den Riesen und für den Drachen. Ja, also deswegen, und auch für den Turm der Prüfungen. Also es ist ein Monster für drei Dungeons, die euch sehr weiterhelfen. Deswegen Vero-Moss wird unsere erste Fusion sein, die wir machen. Nach und nach gucke ich auch immer wieder in den Shop rein und ich kaufe auch mal diese Skelett-Dinger hier. Oh, was haben wir hier? Eine Temporune, die würde ich sogar auch manchmal mitnehmen. Und wir können gleich nochmal, wir können gleich nochmal gucken, was das Thema Temporune angeht, wo ich jetzt generell erstmal grundlegend gefahren werde. Ich habe jetzt versucht, was ich manchen Anfängern schon öfter versucht habe zu vermitteln, aber was jeder nicht immer so mitbekommt. Was ich versuche, gerade jetzt hier im Early Game, gerade auch, wenn ihr den Segen von Armeria am Start habt und einen XP-Booster laufen habt. Ja, also das ist gerade die Kombination. Dann kann ich euch sehr empfehlen, dass ihr, was ich jetzt hier auch schon gemacht habe, erstmal grundlegend alles auf Hölle freischaltet. Also nicht alles, ihr müsst nicht, ihr müsst nicht jede Szenario, aber dass ihr wenigstens bis zum Wald von Telane oder bis zum Weißen Berg von Ragon auf Hölle spielen könnt und wirklich jede Stage hier auf Hölle farmen könnt. Das ist mit Lapis super easy. Und dann geht ihr hier gezielt rein und guckt beispielsweise, wir können jetzt hier einfach mal laufen lassen und geht hier in den Zweier Dungeon, also in den Stufe 2 beispielsweise rein, um dort auf Hölle Slot 2 Runen für Tempo zu bekommen. Und so holt ihr euch quasi eure ersten Runen für euer erste Dungeon Team. Also so könnt ihr euch die holen. Ihr müsst die so nicht holen, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber das ist eine Variante, wie ihr quasi euch so langsam ans erste Riesenteam, vielleicht auch später für Zehnerteam ranrobben könnt. Also dass ihr nach und nach einfach gezielt Runen farmt. Also gerade für die ersten Dungeon Teams kann ich euch sehr empfehlen, am Anfang noch ein bisschen Szenario durchzudrücken. Ich kann euch vielleicht noch mal meine Runen zeigen, die ich schon mittlerweile so gedroppt habe und die jetzt nach und nach auf meine Monster kommen werden. Mir fehlen jetzt, passenderweise, weil ich das gerade mache, mir fehlen jetzt noch die Slot 2 Runen. Also sowas wie eine Speed Rune wäre hier ganz nice. Vielleicht auch sogar eine HP Rune oder eine Defense Rune und so weiter in der Richtung, also wir reden immer über Prozentwerte, eine Defense Prozent, HP Prozent oder halt diesen Speed Wert. Und dann könnt ihr quasi jetzt hier das Ganze im Auto Modus natürlich laufen lassen. Auch übrigens eine sehr gute Erneuerung. Hier ist eine HP Prozentwerte, wir wollen allerdings, man kann ja hier, wenn das eine 5 Star Rune wäre, man kann hier auch 5 Star Rune droppen. Wenn die schon eine 5 Star Rune wäre mit Speed drauf, hätte ich schon ein Jackpot gehabt. Also das heißt, die Rune bringt mir jetzt erstmal nicht viel weiter, weil es eine 3 Sterne Rune ist, aber ihr könnt jetzt ja quasi auch, weil man ja recht früh den Autorun freischaltet, mache ich dann quasi immer den hier, mache dann irgendwie den Zweier Dungeon an und gehe da rein und lasse durchlaufen. Und ich quasi versuche dann so, meine Rune gezielt schon für das erste Dungeon Team zu farmen, also gerade für Monster wie Bernard, wie Shannon, vielleicht auch wie Fran oder auch wie Eloine, braucht man auf Slot 2 meistens Speed Rune oder auf Slot 4 und 6 HP Prozent Rune. Das heißt, ihr seht jetzt schon, wir können ja gleich nochmal ein bisschen reingucken hier in meine Rune, für das erste Dungeon Team habe ich also gezielt versucht aus dem Szenario diese Art von Rune hier rauszubekommen. Ihr seht das noch, das sind graue Rune, also das ist quasi das, was ihr aus dem Szenario droppen könnt und genau das droppt aus dem Szenario, was ich euch gerade gezeigt habe. Also nicht aus der Zweier Stage, diese Rune droppen natürlich aus der Vierer Stage, ja, und ihr seht, so eine Rune ist auch nicht so schlecht, jetzt sogar noch Attack Prozent nehmen wir mit. Das heißt, ich habe schon zwei solcher Runen, die werden auf jeden Fall auf Shannon landen. Ihr seht, die hat momentan noch eine Drei-Sterne-Rune. Das heißt, sie wird ein immenses Upgrade bekriegen mit den HP Prozent Runen und dann suche ich jetzt aktuell für Slot 6, habe ich gestern schon eine, die ist heute, die ist heute aus dem Seema-Riesen gedroppt. So eine Rune ist insane für den Anfang. HP Prozent, Defense Prozent in den Sub-Leigenschaften auch nicht schlecht und die kann die jetzt noch anfangen zu rollen. Die ist heute aus dem Riesen OG7 gedroppt und mir ist aufgefallen, Riesen OG7. Da sind ja auch sechs Sterne Runen mittlerweile droppbar. Auch nicht schlecht. Hier ist noch eine Rune, die ich aus dem Szenario habe. Ihr seht jetzt hier, das ist eine normale Rune gewesen. Die habe ich einfach nur aufgewertet auf Plus 9. Wird auch eine sein für Shannon, für Fran. So weit in der Richtung, so weit könnt ihr immer gerne mitnehmen. Ein bisschen komplizierter wird es dann für Monster wie Arang. Ja, Arang wird natürlich auch noch geruhnt werden. Aktuell habe ich sie aber noch nicht erweckt, weil ich erstmal die Vero-Moss-Fusion fertig machen will. Arang wird allerdings auch ein Core-Monster werden, was wir mitnehmen werden. Wahrscheinlich werde ich keine Fran mitnehmen, mein erstes Riesenteam. Ich werde Vero-Moss wahrscheinlich benutzen. Wir werden Shannon benutzen. Wir werden die Kitsune benutzen. Und ich muss gucken, weil ich noch als Ersatz für Lapis dann irgendwann spiele. Bernard wird wahrscheinlich auch noch im ersten Team dabei sein. Vielleicht muss man gucken, was die Runen so hergeben. Aber vielleicht, ich habe noch eine Idee, wie wir Bernard so bauen. Vielleicht wird, kommt da auch noch was Spannendes dazu. Also, ich bin auch sehr gespannt. Das heißt, Runen-Technisch, guckt euch das wirklich an, wenn ihr selber im Early-Game seid. Szenario-Farm, gerade für die Fünf-Sterne-Runen. Das ist nicht sofort, das funktioniert auch nicht sofort. Also, ihr kriegt die Fünf-Sterne-Runen recht selten raus, gerade mit den richtigen Haupteigenschaften. Allerdings ist das immer noch effizienter, als wenn ihr wahrscheinlich im Riesen immer wieder farmt, farmt, farmt. Aber ihr kriegt dann nicht das richtige Set raus, ihr kriegt nicht den richtigen Slot raus, ihr kriegt dann nicht die richtigen Hauptwert raus. Das ist immer so ein bisschen Problem im Riesen. Gerade, wenn ihr noch nicht die höheren Riesen-Dungeons farmen könnt. Deswegen kann ich euch sehr empfehlen, gerade am Anfang, einfach ins Szenario zu gehen, so wie wir das hier gerade machen, im Slot 2. Also, wir sind jetzt hier auf Etage 2 und dann droppen halt auch nur Slot 2 Tempo-Runen. Das heißt, ihr könnt schon stark eingrenzen hier. Kann ich euch sehr empfehlen, das zu tun. Auch wenn ihr, ihr seht schon, auch wenn ihr nicht immer Fünf-Sterne-Runen droppen, aber sie droppen. Und das ist schon mal das Wichtigste dabei. Samson of War ist ja eh so ein kleines Grind-Game, aber der Szenario-Grind ist echt der geringste, den man da sehen kann. In diesem Sinne würde ich jetzt erstmal das mit dem Szenario beenden. Und jetzt gehen wir mal rüber in die Arena. Und da schauen wir auch nochmal so ein bisschen rein, wie ist jetzt aktuell der Stand. Die Woche ist jetzt bald zu Ende. Wir haben jetzt 332 Kämpfe gemacht in der Arena und 249 davon gewonnen. Die Win-Rate ist sogar noch hochgegangen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, seitdem ich ein bestimmtes Level-Up bekommen habe, ist meine Win-Rate auf einmal, also ist meine, bin ich auf einmal in den 1200er-Ringen unterwegs und hatte sehr viele Leute gefunden, die ein Sterne-Monster stehen hatten, die ich dann einfach angreifen konnte. Da müsst ihr immer so ein bisschen durchgucken, wartet, haben die Gegner so zu stehen. Jetzt gerade auf dem Sonntag, hier sowas zum Beispiel ist auch super easy zu klärmen. Auf dem Sonntag ist natürlich so, dass viele Leute dann anfangen, wieder tryhard zu sein und ihre Low-Defenses rausstellen und wieder ihre richtigen Defenses rein. Allerdings, ihr könnt ja auch dann einfach euer Protokoll abklappern. Ihr müsst ja auch keinen hohen Rang abschließen. Allerdings, was ich euch noch empfehlen kann, gerade jetzt, wenn ihr Anfänger in der Anfängerphase seid, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, wenn die das hier hoffentlich bald geschafft haben, ist nämlich, wir haben ja, wenn ihr an der Anfängerliga dabei seid, habt ihr ja auch, ihr habt ja eine Anfängerliga in der Arena. Das gab es früher beispielsweise auch nicht. Also wenn ihr jetzt mal hier in die Liga reingeht, sind wir aktuell in der Anfängerliga und je höher ihr in der Anfängerliga abschließt, je besser ihr abschließt, umso höher sind die Belohnungen und die Belohnungen sind quasi gerade jetzt im Early Game, sind die verdoppelt. Also wenn ihr normalerweise in so einer Liga seid, kriegt ihr die Hälfte der Punkte. Also ihr kriegt glaube ich für so einen Sieg auf Rang 1 150 und ich glaube, wir kriegen jetzt sicher 300 Ehrenpunkte zusätzlich, wenn ich in meiner Anfängerliga den Rang 1 abschließe. Momentan bin ich Rang 4 und ich habe noch einen sehr großen Gap zum Rang 1. allerdings bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir da vielleicht auch noch mit drauf gehen können für heute Abend sozusagen, dass ich da abends nochmal so ein bisschen Arena Wings rein spende. Tatsächlich würde ich auch dafür, für die 300 Arena Wings, die man zusätzlich bekommt, würde ich wahrscheinlich auch zusätzlich noch Kristalle opfern, um mir Arena Wings zu holen. Also das würde ich tatsächlich machen, gerade in der letzten, dass man schon so ein bisschen in diesen Arena Rush reinkommt, weil 300 Arena Wings oder 300 Ehrenpunkte für den Anfang zu bekommen, ist schon immens. Also 300 Ehrenpunkte bedeutet, ich kann den quasi einfach instant ausbauen, auch ziemlich krass. Ich kann den instant ausbauen und das heißt, wir haben jetzt, also momentan ist auch die Tower Situation so, da hat jemand in den Kommentaren noch einen guten Hinweis gegeben, danke nochmal dafür, die Tower Situation ist aktuell so, dass ich das Heiligtum der Energie jetzt so priorisiert habe bis auf Stufe 10, weil es müsste jetzt glaube ich so sein, ich erinnere mich auch noch daran, dass auf dem Weg des Beschwörers, ich glaube es war Stufe 2 oder Stufe 3, dass hier im Weg des Beschwörers irgendwann kommt, dass das Energiegebäude Level 10 sein muss. Ohne ist Level 5, hier steht Heiligtum der Energie muss Level 5 sein, hier hinten. Ich glaube es kam auch noch mit Level 10 mal, oder die haben das wieder abgesenkt. Auf jeden Fall, okay, dann habe ich das schon auf jeden Fall erreicht, ich hatte jetzt das Level 10 gemacht, weil ich das nicht richtig gesehen hatte, aber ich glaube bis Level 10 kam da auch noch was, bin mir nicht richtig sicher. Dementsprechend hatte ich jetzt erstmal das Heiligtum der Energie hochgezogen, bis auf Stufe 10, das reicht jetzt auch erstmal, ist auch nicht so teuer, muss man sagen, wenn man regelmäßig Arena Wings macht, und dann würde ich mich weiter konzentrieren darauf Crit Damage Tower und vor allem den Speed Tower. Also gerade am Anfang bin ich der Meinung, ist der Speed Tower mit der wichtigste, weil je weniger Speed ihr aus Runen braucht, umso tankiger könnt ihr eure Monster machen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das so. In dem Sinne, das war jetzt quasi die Arena, die ich euch noch zeigen wollte, also momentan, vielleicht gehe ich heute Abend dann noch, wir haben jetzt den Sonntagvormittag, vielleicht gehe ich heute Abend dann nochmal um 21 Uhr, von 21 bis 22 Uhr ist ja mal die Rush Hour, gehe ich nochmal gucken, ob wir vielleicht auch die Anfängerliga hier entsprechend abgerissen kriegen und vielleicht ja noch unter die Top 3 oder nicht sogar den ersten Platz irgendwie rausquetschen können. Das wäre ziemlich geil, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Dann noch, wenn ihr so lange jetzt durchgehalten habt, dann noch eine kleine Ankündigung zum Thema Gilde. Wer es noch nicht über mein kleines Ankündigungsvideo mitgekriegt hat, dann jetzt aber über die Folgen. Wir sind ja gerade die, ich habe ja gerade eine Gilde erstellt, die Kitsunenbande, wo möglichst, wo möglichst Kitsunen benutzt werden sollen, also dass wir eher so eine kleine Motto-Gilde sind, wo wir einfach viele, viele Kitsunen dabei haben, einfach auch mal so ein bisschen eine Monster-Familie so ein bisschen nach vorne zu bringen. Kitsunenbande heißt meine, meine Gilde, hier, wenn ihr Bock habt, da zu joinen, einfach nachsuchen, als eine sehr anfängerfreundliche Gilde. Meine einzigste, meine einzigste Voraussetzung ist, dass ihr aktiv spielt. Das heißt, wenn ihr maximal drei Tage inaktiv seid, würde ich euch dann wieder aus der Gilde entfernen und für andere Leute Platz machen. Wenn ihr darauf Bock habt, mitzujoinen, dann schreibt einfach, bewerbt euch einfach bei der Kitsunenbande. Ich würde euch dann quasi den Zutritt gewähren. Mir ist es eigentlich nur wichtig, dass ihr aktiv spielt, dass ihr vielleicht ein bisschen mitzockt und viel mehr ist es dann noch nicht. Wir sind eine Farming-Gilde, das heißt, wir werden jetzt hier keine krassen Sachen machen, dass wir da jetzt ganz groß loslegen und Gildenkämpfe machen. Wir machen erst mal, dass wir generell den PvE-Content gelöst kriegen und dann nach und nach bauen wir uns weiter auf, würde ich sagen. Generell suche ich auch noch mal, wenn sich jemanden findet, jemanden, der vor allem das Thema Gildenkämpfe und Belagerungskämpfe irgendwie organisiert, also das heißt, vor allem den Gildenkampf, wenn er nicht automatisch gestartet wird, da muss ich selber noch mal reingucken, wie das alles vonstatten geht, sobald wir genug Mitglieder haben, dass wir dann, dass jemand dann die Gildenkämpfe startet und es geht nur darum, dass wir quasi dann im Gildenkampf machen, wahrscheinlich einfach Low Defense rein, also 1er-1er-Verteidigungen, die einfach zu besiegen sind und dann heißt es einfach nur Gildenpunkte farmen, ja, also wir sind erstmal eine kleine Anfänger an Farming-Gilde, wo man so ein bisschen Punkte zusammensuchen kann, sich und dass man überhaupt erstmal regelmäßig zum einen erstmal den Gilden-Shop vielleicht gebaut bekommt und dass man regelmäßig an die, an das Food kommt, an die Regenbogenmonster, das ist ja sehr wichtig, um da quasi nochmal den Fortschritt zu machen. So, auf meiner Insel habt ihr gesehen, dass sich schon einiges ein bisschen verändert hat, also ich habe so ein paar mehr Gebäude dazu gestellt, zum einen die ganzen, ja, ihr habt jetzt schon beim letzten Video, glaube ich, gesehen, die ganzen Lagergebäude sind noch dazu gekommen, wir haben diese Fusionsgebäude mittlerweile, Gott sei Dank, und wir haben die Scheinkämpfe, die Scheinkämpfe sind noch komplett unverendet bei mir, also da ist noch kein einziger Kampf getan, das sind so Inhalte, die man halt machen kann, wenn man, wenn man gerade vielleicht während der Dungeons nichts zu tun hat, das habe ich bisher aber noch nicht gemacht. Ich habe mich jetzt vor allem erstmal probiert, über die Herausforderungen so ein bisschen durchzukämpfen und dort weiterzugehen, vor allem war mein Fokus jetzt als letztes auf dem Riesenteam und das ist sozusagen den Abschluss, den ich euch nochmal zeigen wollte. Ziel ist es ja gewesen, dass wir unser erstes Riesenteam leveln und auch erwecken, aber das kann ich euch jetzt natürlich jetzt nicht zeigen, weil wir gerade noch im Autokampf sind, lasst uns den nochmal beenden. Allerdings, wir wollen ja quasi den Riesenteam nach vorne bringen und deswegen sind wir hier in den Herausforderungen auch schon so weit, dass ich quasi den Riesen in OG7 bisher schon schaffe, auch regelmäßig im Automodus. Theoretisch kann man jetzt, ich hatte ja vorhin gesagt, den einen Ansatz gehen, dass man über das Szenario sich die Runen holt oder man kann auch versuchen über Riesen OG7, Riesen OG8 und so weiter einfach über den Riesen sich die entsprechenden Runen zu holen, um dann auch im Riesen wieder voranschreiten zu können. Also das sind sozusagen die beiden Möglichkeiten, die ihr habt und wir sind deshalb vor allem hier in den Riesen reingegangen, Riesen OG7, bisher der Debatte ich Auto laufe, das ist momentan der Team, natürlich super experimentell, also ich hab einfach, da sind keine richtigen Runen drauf, guckt euch die Werte an, die sind übel shit. Also die einzige Rune, die ich aus dem Szenario wieder gedroppt habe, ist die Rune hier für Bernhard mit Speed, HP, HP, jetzt sind es auch irgendwelche Runen, die 4 Sterne runen, übel shit. Und wir versuchen die jetzt nach und nach zu verbessern, das heißt nach und nach mit 5 Sterne runen auszurüsten und nach und nach dem Kollegen bessere Werte zu geben. Generell kann ich euch auch für den Anfang sehr empfehlen, sobald eure Monster 6 da erreicht haben, bei meiner Lapis ist das schon teilweise der Fall, guckt euch nach Artefakten um. Artefakte und da reicht auch wirklich völlig easy, einfach die erste Stufe, ihr seht, ich hab nicht mehr als die erste Stufe hier drinne, erste Stufe Farm, da kriegt ihr teilweise sogar 3 Sterne Regenbogenmonster raus und ihr kriegt einfach weiße Artefakte, die reichen völlig aus für so Monster wie die gute Lapis hier. Die habe ich jetzt einfach, da geht es nur um die Hauptattribut, dass Lapis quasi noch ein bisschen mehr Attack hat. Das andere, der Typen, der Typen-Artefakt würde ich mir auch noch zusammen sammeln und sobald ich dort einen Attack-Wert habe, würde sie das auch bekommen und dann könnt ihr einfach mit Lapis noch sicherer Farm, noch mehr Schaden rausdrücken und dasselbe gilt dann auch später für eure anderen Monster. Je früher ihr Artefakte noch mit weißen Artefakten euch ausrüstet, die braucht ihr nachher auch für die Secret Dungeons, sondern für den Riesen. Also dass ihr einfach noch ein bisschen mehr überleben könnt, dafür können Artefakte sehr weiterhelfen. Das heißt, wie gesagt, es gibt zwei Ansätze, entweder ihr geht über Szenario und sucht euch die ersten ordentlichen Ruhnen in Form von Tempo, in Form von Fokus oder vielleicht auch in Form von Energy selber aus den Szenarios raus. Also gerade für Debuffer kann ich euch auch empfehlen, vielleicht noch auf so Tempo-Fokus zu gehen, weil dieses Fokus-Set ist auch nicht so schlecht, gerade weil ihr am Anfang mit weißen Runen nicht die super Sub-Eigenschaften bekommt, kann man hier durchaus gucken, dass man hier ganz am Anfang noch für Tempo-Ruhnen und für Fokus-Ruhnen geht. Dann kann man tatsächlich mal auf Sets gucken, aber ihr wollt natürlich mit diesen Sets dafür sorgen, dass entsprechende Stats wieder auf den Monstern sind. Das bedeutet, was mein Ziel ist, ist wahrscheinlich auf Bernhard ein Tempo-Fokus-Set hinzubekommen. Das heißt, er wird auf Slot 4 und Slot 6 möglicherweise noch eine Fokus-Ruhne halten. Je nachdem, wie die Alt-QL mit den Tempo-Ruhnen hinbekommen oder irgendwo anders wird auch noch ein Fokus-Set drin sein. Dann kriegt er noch mal 20% mehr ACC. Das bedeutet, dass seine Angriffskraft, Debuff und seinen Defense-Break viel regelmäßiger treffen. Gerade für Debuffer ist das sehr, sehr wichtig. Für Fran reicht teilweise auch so ein Fokus-Set. Eine Fokus-Ruhne ist hier sogar schon drauf. Wird es auch ein Fokus-Set locker ausreichen. Dann hat die so um die 20 ACC. Reicht völlig aus, dadurch, dass sie ein Multi-Hitter ist mit der ersten Fähigkeit, um regelmäßig den Attack-Break zu landen. Und für welches Monster Fokus natürlich auch sehr wichtig ist, wenn ihr im Dungeon spielen wollt, ist Eloin. Eloins dritte Fähigkeit ist ja auch quasi eine Debuff-Fähigkeit, womit ihr Angstbalken senken könnt. Das wollen wir natürlich auch mit dabei haben. Deswegen schauen wir mal, wie wir die Ruhnen hier noch weiter ausbauen. Eloin wird natürlich von diesem Fatal, von diesem seltsamen Fatal-Bild und dann haben wir hoffentlich für das nächste Video schon ein bisschen bessere Runen auf den Monstern und sind dann näher daran, vielleicht ja schon den riesen OG-10 zu legen. In diesem Sinne, Leute, ich würde sagen, das war dieses Video heute. Wir schließen das Video mit einem kleinen Opening hinten raus. Mit einem kleinen Opening hinten raus. Wir haben noch ein paar Rollen, die jetzt wieder angespart wurden durch die ganzen Missionen, die wir alle abgeschlossen haben. Ich öffne die nicht immer sofort, sondern dachte mir, hey, zum goldenen Abschluss bei so einem Video machen wir noch ein kleines Mini-Opening. In dem Sinne, starten wir einfach mal rein in die mystischen Rollen und jetzt kommt direkt ein Lightning-Hilfe. Maruna, okay. Die ist tatsächlich für TOA nicht so schlecht. Maruna nimmt man mit. Sensenmann in Wind war ein Fusionsmonster. Ich glaube, auch für eins der, ich weiß nicht, ob es für eine Fusion war, die ich jetzt gerade schon brauche. Aber ja, wir nehmen einfach möglichst jedes Fusionsmonster mit. Ein Würde hier wäre auch ziemlich geil für TOA. Ja, also gerade ein TOA würde Wörde hier ziemlich gut funktionieren. Oder ein Wuchi ist auch für TOA nicht so schlecht. Vielleicht ist das sogar ein Monster, was wir nehmen werden für den Turm der Prüfungen. Ja, überlesen auch viele den guten Wuchi. Muss man mal gucken, dass wir noch einige dann Skill-Ups dafür bekommen. Ja, vielleicht noch mal Wuchi. Fao, weiß ich noch mal, Fao war doch auch ein Monster, was Fusionsmonster war. Da muss ich gerade noch mal gucken. Frankenstein, der Wind Frankenstein, noch ein Tau ist super. Der Wind Frankenstein wäre noch super, dann hätten wir die Monster zusammen für Melia. Ja, für später dann. Machen wir natürlich nicht sofort, aber für später dann. Bestienjäger in Wind ist auch kein schlechtes Monster für einen Riesen tatsächlich. Teufelsjäger, der Problem bei diesen drei Sterne-Monster sind häufig, dass man nur mit mystischen Rollen an sie rankommt. Und das ist halt immer so ein Problem. Also gerade bei den Bestienjägern. Die Bestienjäger sind eigentlich auch eine ziemlich solide Monster-Familie. Pinguin-Ritter, Mav, wunderbar. Epikon, nehmen wir mit. Kurier-Hai, den braucht niemand, wirklich niemand. Nochmal Pinguin-Ritter. Beer-Man in Wasser, der hat mir noch gefehlt für die Fusion. Sehr schön. Der hat mir noch gefehlt. Also gerade am Anfang könnt ihr echt jedes Monster gebrauchen. Enogami, kriegt man aus den Dungeons. Noch eine Fee, Skill-Ups für Fran. Kriegsmammut, ja, den braucht man fast auch gar nicht, muss man sagen. Noch ein Kriegsmammut, selbes Spiel. Die sind ziemlich underwhelming, die Kriegsmammuts. Bis auf Wasser, den kann man im Genombulierungskampf nutzen. Den Kollegen haben wir schon. Hemos müsste das gewesen sein und nochmal. Und letzte mystisch ist ein Lightning und das ist eine Wah-He. Himmels-Tänzerin, okay. Eine Himmels-Tänzerin, nehmen wir auch mit, würde ich sagen. Wir haben noch ein paar Elemente jetzt. Mal gucken, ob hier noch was Spannendes rauskommt. Nochmal Marv, perfekt. Hier vielleicht was Schönes. Dem Beer-Man in Feuer, ich glaube, der war auch Fusionsmonster für Ballegier, bin ich der Meinung. Und den Imp-Champion. Also wirklich gerade am Anfang solltet ihr gucken, dass ihr den ein oder andere Fusionsmonster euch aufspart und nicht wegfeedet, gerade für die Fusionen Ballegier und Co., dass ihr den einfach später da habt. Also ich halte mir immer einen Monster davon frei. Letzte Rolle, legendäre Schriftrolle, einmal rein und wir ziehen und dienen. Oh nee. Es ist, ja. 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 Okay, wir haben nichts gezogen. Schade, wusste gar nicht, dass aus so einer Rolle auch nichts rauskommen kann. Ich würde jetzt tatsächlich nochmal die Scamstones aufmachen wollen. Ich habe jetzt noch zwei. Ich glaube, die Scamstones machen wir auch nochmal auf. Oder warte mal, wir können sogar, lasst uns nochmal, wir haben ja aus der einen Mission habe ich ja noch 150 Scamstones. Lass uns nochmal hier einen kurzen Cut machen. Ich würde nochmal kurz die 150 Scamstones über die Mission einsammeln und dann machen wir hier nochmal die Summons für die Scamstones, weil die haben aktuell für Anfänger ziemlich gute Monster dabei mit Talia, mit Garo und auch mit Barretta beziehungsweise dem Phantom-Lead, der ist auch für T.O.A. nicht so schlecht. Deswegen würde ich jetzt nochmal ganz kurz die Sonderbeschwörung machen und dann schauen wir nochmal. So Leute, und da ist hier die gute Arang. Arang haben wir jetzt gerade aufgrund der Mission von Reina musste ich jetzt noch net vor erwecken und für das Monster würde ich jetzt am wenigsten Materialien brauchten. Leider muss ich die jetzt natürlich wieder farmen, denn für die Fusionen ist Arang. Ja, Arang, wir brauchen Arang sowieso, von daher ist es schon völlig okay, dass sie jetzt da ist. In dem Sinne würde ich jetzt sagen, wir sammeln einmal noch einmal die Herausforderungen hier hinten ab, diese 150 Beschwörungssteine, von denen ich gerade gesprochen habe und vielleicht kriegen wir noch das ein oder andere nett vor oder sinnvollen Drei-Sterne-Monster hier noch aus den Beschwörungen. Dann, was haben wir hier noch so an Sachen für Drei-Sterne-Varianten, die man hier vielleicht mitnehmen könnte. Ich weiß nicht, ob hier alles so richtig Fusionen und man sieht hier leider, was hier noch für mich fehlt, sind auch wieder hier, also der Kollege ist zum Beispiel Fusionsmonster, Phyro ist auch Fusionsmonster für Verdehill. Das heißt, das darf man auch nicht vergessen, der Kollege, den haben wir schon, den Charger-Shack, der ist unwichtig und der Rest ist, glaube ich, ich glaube, der Wind, der Wind-Beaman müsste auch noch Fusionsmonster sein. Lasst uns hier mal reingucken, gerade für die Viromoss-Fusion. Da fehlt uns, den kann man erfarmen und den kann man, glaube ich, auch erfarmen. Also wir haben so ziemlich alles schon da für Viromoss, wir müssen es bloß noch zusammenfarmen und ich glaube allerdings für für Wördehill, Wördehill war ja, glaube ich, wo war der drin? Der war, wo war der SIG, war der hier drin? Wo war Wördehill? In welcher Fusion? Da, da war Wördehill drin. Genau, und hier haben wir hier sehen, was hier ist Fyro. Fyro ist quasi für die Wördehill-Fusion wichtig. Wördehill kann ich euch sehr empfehlen für den Trong der Prüfungen. Ach siehst du, Ardella ist sogar auch noch Teil davon. Das heißt ja, wir sind gut dabei, wenn wir heute, wenn wir vielleicht noch den ein oder anderen Drei-Sterne-Monster auch noch rausziehen aus den fünf Beschwörungen hier. Machen wir das auch nochmal zum Schluss. Come on, lebende Rüstung. Nee, Fyro, yes, da ist er, Fyro, sehr schön. Und, ähm, Bestienäger, den haben wir schon. Vielleicht noch eine Ardella, den Bierman, und, oh Gott, wir kriegen noch ein Lightning. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sehr gut. Sehr gut. Dann müssen wir den nicht mehr fusionieren. Silve in Feuer, das ist für den Anfang richtig gut, ne, für den Anfang ist das richtig gut, dass wir überhaupt ein Lightning noch bekommen haben, ist auch richtig gut. Silve in Feuer ist tatsächlich überraschend gut. Ähm, das heißt nämlich eigentlich, in welcher Fusion war der, war der Silve, der Silve war glaube ich hier in der Fusion, nee, wo war denn der drinne? In welcher Fusion war der Silve mit drinne? Ach, in der Katharina Fusion. Aber den Silven in Feuer, den kann man sehr gut für den Turm der Prüfungen benutzen, äh, ist ein zusätzlicher Dot Monster sozusagen. Und, äh, sollten wir jetzt, sollten wir jetzt zukünftig noch im Weg des Beschwörers solche Skill-Up-Missionen haben, würde ich die wahrscheinlich in den Silven in Feuer stecken. Ja, also wenn wir noch so eine 4-Sterne-Skill-Up bekommen sollten, würdet wahrscheinlich in den Silven jetzt reingehen, weil der ist, der ist ziemlich gut, äh, also nee, den kann man halt als Dot Monster benutzen, dass man überhaupt irgendwelche Dots hat. Wo ist der gute Mann jetzt? Habe ich ihn übersehen. Äh, Silve, 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 wo ist er? Haben wir den schon in die, haben wir den schon hier reingeheim beschworen, ins, ins Lager oder was? Ich hab das gar nicht wahrgenommen. Nee, da ist er, da oben ist er, der war gerade komisch sortiert, ja, den Silven in Feuer. In diesem Sinne, Leute, wir haben jetzt einiges gezogen, wir werden jetzt noch weiterhin auf unserem Weg, äh, das nächste Riesenteam bauen, das heißt, ein bisschen Szenario-Farmen, ein bisschen, vielleicht schon im Riesensieben, vielleicht sogar diese Riesen-OG-8, anfangen loszufarmen, dass wir einfach das Riesenteam immer stärker bekommen, also wirklich wichtig, jetzt am Anfang nur das eine Team zu fokussieren und so machen wir weiter und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video weiter, äh, wenn wir da vielleicht schon rangehen, Riesen- und T-U-A zu machen, vielleicht sind wir schon in Riesenszenen unterwegs, wir werden es sehen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.